Keiner hätte jemals daran geglaubt, damals am Ende des 19. Jahrhunderts, dass wir aus der unendlichen Weite des Alls beobachtet würden. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So wie man unter dem Mikroskop fimmelnde Bakterien in einem Wassertropfen beobachtet, wie sie sich vernähern. Nur wenige Menschen dachten überhaupt an so ein Leben auf anderen Planeten. Und dabei trafen uns schon aus diesem unermesslichen Raum die neidvollen Blicke von Wesen, die uns weit überlegen waren. Erst langsam, dann immer bestimmter wuchs in ihnen der Plan, uns zu zerstören. Uns zu zerstören. Uns zu zerstören. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Erst langsam, dann immer bestimmter wuchs in ihnen der Plan, uns zu zerstören. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020